Hey ho, hier ist Ronja und wir spielen heute DART. Hey, warte, warte, DART? DART, wir spielen DART, so, in Minecraft. Ist das nicht schön? DART? Ja, ja, DART. Hey, ich dachte, wir spielen Minecraft. Ne, ne, wir spielen DART. Ah, okay. Ich dachte, wir spielen Smyrnjärzig. Was? Ist das der Name? Ah, nee, Change Language. Ist das Polisch? Wir spielen nicht DART, wir spielen Slykdekolajek. Okay, Gott. Willst du nicht auf Polisch spielen? Ne, ich drück jetzt aber auf Start, okay? Warte, wir müssen fest. Den Modus und die Farben auswählen. Darfst du anfangen? Oh, ich weiß jetzt, wie es geht. Du hast Pfeile, du hast Pfeile, du hast Pfeile. Okay, wirf. Ich kann nicht beobachten, von oben. Warte, wo sind die Höchsten? 20 ist das Höchst. Hä? Das ist richtig komisch. Miss. Das war ein guter Wurfflug. Guter Start. Oh, 14, okay. Ah, ich weiß. Das dreht sich so richtig komisch. Okay. Und du musst aufchargen. Okay. Oh, und du arbeitest? Es ist nicht einfach, okay? Man hat recht sein Score und wer zuerst die 301 Punkte abarbeitet hat, gewinnt, oder? Okay, du hast die Items in den Winter. Oh nein. Guck mal, ich habe getroffen. Okay. Du musst aufchargen, nimmer. Ich habe wieder getroffen. Ach, wir müssen runterkommen von 300. Ja, genau. Okay, ich habe alle drei getroffen, übrigens. Möchte ich nicht mal anmerken. Oha, okay. Jetzt bist du, aber ich habe nicht hoch. Ich weiß nicht, wie man an die oberen kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe da unten links eine 19. Oh, stark. Okay. Okay, okay, klar. Aber es ist, glaube ich, voll egal, ob man außen oder innen trifft. Okay. Oh, nein! Aber das wäre ein guter gewesen. Das wäre wirklich ein guter gewesen. Und? Oh nein! Ich wollte den 60er. 20er meinst du, oder? Ja, ja, nee, nee. 20 mal 3 ist ja das innere Ding. Ach, das zählt dann höher? Ja, ja, es gibt ja inneres Grün-Rot und äußeres Grün-Rot. Äußeres ist doppelt, inneres ist dreifach. Okay, okay, das wusste ich nicht. Mitte ist 50. Irgendwie wirft man ja immer nach 8. Egal, was ich mache. Egal, wo ich hier nicht ziehe. Nein, 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 du verstehst es nicht. Am Anfang, einfach, du chargst man auf. Horizontal rüber und erst wenn du recht drückst, lockst du. Dann geht der Horizontal rauf und runter. Ah, okay. Verstehst du? Ja. Und wenn du... Oh, okay, I see. Mist. Oh, okay, 20. Aber guck, du kriegst nur die 20. Drei. 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 Nein, das ist knapp. Oh, ich hab's gar. Das Tripple. Oder hast du was? Das ist das. Okay. Es ist mir richtig knapp gerade dabei. Ey, das ist relativ witzig. Warte, warte. Okay. Einmal drücken. Einmal drücken mit rechts, oder? Ja, ja, genau. Einmal drücken, damit du ihn auswählst. Ah. Oh. Jetzt geht er, und dort, wo du stehst du rechtsklick, dann geht er vertikal. Oh nein, jetzt hab ich's verhauen. Äh, das ist vertikal. Und jetzt kannst du nochmal, und dann kannst du den Charger auswählen. 17. 17. Okay. Aber weißt du, wie's funktioniert? Ich weiß, wie's funktioniert. Oh mein Gott. Das ist relativ cool gemacht, ey. 20. Oh. Ich wollte ins Mittlichere. Mittlichere. Mittlere. Aber es hat nicht geklappt. Okay. Ich sammle Punkte. Ich führe. Oh, guck mal. Ich hab 202 schon, du hast noch 249. Das wär mir auch negativ. Oh, 40. 40? Soppel 20. Och man. Das wird dir nicht gut. Du bist ein Hacker. 20. Nein. Du bist unter mir. Das ist überhaupt nicht gut. Eins. Nein. Da freu ich mich wieder. Da freu ich mich. Ja. Okay, pass auf. Ich mach jetzt ne 40. 50 ist Mitte, gell? Hoppala. Auf zu lachen. Blöd, Mann. Du musst... Oh nein. 50 ist richtig schwer übrigens. Das ist ja schön. Mann. Mach charge zum... Okay, muss... Okay, wie weit muss ich chargen? Mittel. Oh. Das war ne 3. Ja, hätte auch ne 18 sein können. Es waren 2 0. Es waren 2 0 und eine 3. Du hast ne 40, ne 20 und keine Ahnung, ne irgendwas geworfen. Okay, das war alles. Sorry. Egal. Das wird nächste Runde. Hab ich das. Nein. Loser. Okay, jetzt pass auf. Okay. 19. Okay, 19 ist... Ah, okay. That's fine. Ich war jetzt nur 20er. Das ist ja spannend. Ich war jetzt nur 20er. Pass auf. Oh nein. Das ist doch rigged. Miss. Meine, das steckt in der Luft. Okay, mach weiter. Warum? Das ist rigged. Das stimmt was nicht. Muss immer ein bisschen früher klicken. Das finde ich unfair. Das ist nicht in Ordnung. Ich kann machen eine 20. 40! Oh, da holt jemand auf. Ja, da holt jemand auf. 157, mein Lieber. Du bist auf 166. Was sagst du jetzt? Ha! Ich hab schon die Hälfte abarbeitet, ungefähr. Okay, 17. Okay, okay. Starke Start. Ist wieder... Ist wieder drunter. Warte. Pfff. Würdest du sagen, das war ein guter Wurf, Flo? Ein nervöser. War das ein guter Wurf? Würde deine Schildkröte sagen, es war ein guter Wurf. Ich bin... Ich liege im Führerraum. Ich weiß. Es gibt auch viele andere Modi. Ich werfe immer gleich. Und immer doof. Darfst du nicht zu viel. Ich weiß. Es hilft mir auch nichts, wenn du das sagst. Komm, mach wieder den 17er. Nein! Was? Was hast du gesagt? Mach den 17er wieder, oder den 18er, oder den 20er. Nein, ich... Mach so viel, oder wie? 40. Ich drück... Falsch. Ach, das misierst du an. Jetzt weiß ich auch, was es trocken war. Und misier oben das Rote an. Fünf. Ey, fünf ist auch ein Wurf. Eins. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Wo der gelandet ist. Ja. Du hast eine Eins, Flo. Eins ist eine Eins. Machst du nichts. Okay. Ich fahre doch keine Eins. Wie knapp. Das ist eine klare Eins. Ich bitte dich. Der ist doch schon wieder rigged. Das ist doch blöd. Okay, 17. Ja, geht. Ich sag, das ist meine solide Schiene. Wenn alles andere fehlt. Das ist ein Miss. Ich sag, nach oben ist nicht gut. Ich werfe jetzt nach unten, weil unten die 19 ist. Das weiß ich. Das ist gefallen. Nein. Nein. Okay, mal schauen, was jetzt ist. Okay. Am Anfang ging es gut voran, aber jetzt ist es ein bisschen problematischer. Okay, 20. Oh nein, du bist unter den 100. Oh nein, okay. Oh nein. Flo, vorsichtig. Aaaaaaah. Sieben. Mit der Unterhälfte bist du voll auftauschen und ganz gut. Okay. Ja, das stimmt. So, pass auf. Ich hab einen Plan. Wieso ist das ein Miss? Oh, so knapp. Okay, ich bitte dich. Das mag. Ziel auf das Rote drunter, bis man dieses 60. Das ist eine 5. Hey, der 5 ist besser als ein Miss. Das müssen wir uns immer sagen. Richtig. Zeigt mir Lehrer auch immer. Nein. Ja. Wann ja, keine Angst, es wird noch schon. Das wird noch. 5. Wenn du jetzt noch zwei Misses aus dem Haus hast, dann wird es ähnlich. 18. Och, Flo. 11. Okay, weißt du was? Ich speede das jetzt einfach durch. Wirklich? Es ist nicht so schwer, pass auf. Bam, bam, bam. Das ist eine... Was? 42. 14 mal 3. Ja, easy. Bam, bam, bam. 42. Bam, bam, bam. 11, okay. Du hast einen Geheimtricker draus gefunden, wie du immer 42 kriegst. Im dritten Mal hat es ja nicht geklappt. Sonst hätte ich jetzt schon fast gewonnen. Oha. Ich habe easy aufgeholt. Oh. Oh, 14. Jetzt darfst du aber keine 42 werfen, hm? 6. Ich könnte nächste Runde gewinnen. Es kann passieren. Nein. Okay, warte, gibst du schon auf das? Ich sage, ich habe nur eine 42 in petto. 11. Was? Easy. 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 Aber du musst genau auf Dings kommen. Genau auf 0. Oh, ich muss genau auf 0? Das ist doch 0. Das ist doch blöd. Wirklich? Ich habe nur 42 geworfen. Ich hasse alles. Das ist doch... Oh, ja, man muss genau auf 0 kommen. Das ist, glaube ich, kritisch. Okay, 12. 9. Okay. Okay, weißt du was? Es geht wieder runter. Ich weiß, ich kann hier entspannen. 12er Wurf nochmal machen. Oh. 8. Du bist 7. Nee, ich bin 7 weg. Du bist 8 weg. Jetzt wird entspannen. Jetzt wird entspannen. Jetzt ist es wirklich spannend. Oh Mann. Hätte ich das mit der 42 früher herausgefunden. Nein, wäre ich so was von erhält. Und ich glaube, wir können das ausstellen, dass wir genau auf 0 müssen. Ehrlich? Egal, wie wir machen. Nein. Man hat auch nur einen Try, ha? Ja, ja, du hast einen Try jetzt. Das ist witzig. Du brauchst eine 7. Warte. Oh, das war eine 15. Die 7 ist da. Ich habe gedacht, ich kriege noch die 6, weil die 1 kriege ich irgendwie öfter. Weißt du, die 1 habe ich gedacht, das ist easy. Ah. Okay, pass auf. Stimmt. Ich könnte auch eine 6 nehmen. So, dann gehe ich jetzt hier runter. Und dann... Ja! Was? 7. Ich bin der Gewinner. Ich bin besser als du in DART. Easy. Bist du neidisch? Nee. Ich habe ja schon gewonnen. Ich bitte dich. Ich meine... Ah, ich bin der Gewinner. Da muss man ja nicht zweimal gewinnen. Ich meine, es ist ja schon offensichtlich klar, wer der Gewinner ist. Ja, fand ich auch gut. Dann war ich das für die heutige Folge. Minecraft-Dart-Spiel-Modus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.